Ich habe dir früher selber eine kleine Kugel gemacht. Du drückst nicht einfach auf einen Knopf und es kommt fertig aus der Maschine. Sondern es ist wirklich Handarbeit und dort darf man auch mal einen Nick sehen. Ich liebe das Rustikale. Ich liebe wirklich das Rustikale. Ich komme den ganzen Tag vorne aus. Das ist ja faszinierend. Wenn Leute mit einfachen Mitteln das geilste raus holen. Das finde ich super geil. Wie du mit dem Handycam. Das ist ja faszinierend.